Musik 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 Hatte ich das gesehen? Voll schlecht! Voll der Loser! Oh Mann, ey! Was kann der denn? Nur lesen. Wer ist da? Ein Buch. Tagebuch von Leo. Jetzt habe ich die Lösung. Das ist jetzt schon eine Achtung bei dieser Woche. Ja, wer hat den jetzt schon wieder kaputt gemacht? Den müssen wir jetzt auf jeden Fall erst mal flicken. Machen wir denn gar keine anderen Bälle mehr? Die anderen sind irgendwie alle verschwunden. Leute, guck mal, was ich hier gefunden habe. Ja, toll, Leo. Ein Buch. Nicht irgendein Buch. Das ist das Buch vom Hausmeister Leopold. Da steht drin, was er mit unseren Bällen macht. Echt? Und was? Er versteckt sich im Schulkeller. Was ist denn da los? Ich fand schon, wenn wir die Bälle wieder haben. Ja. Wieso besteht uns eigentlich der Hausmeister? In sein Herrebuch steht das Spiel, dass er genervt ist, von einem Buchfaller, weil sie immer so drauf schreiten. Ey, die türen ja auf. Boah, ist das dunkel hier. Ich fand statt. Ich fand die Anbelle. Das ist ein Handel. Wenn das ist es wert! Lea, du wirst uns bereit und jetzt können wir endlich wieder kicken. Aber wir fahren dann wieder, weil ich gleich wieder stehe. Mehr spielen, weniger streiten. Ja, ich könnte gleich mal ausprobieren. Komm! Lea, du brauchst noch einen Tourwart. Hast du Lust? Nein, danke. Ich lese noch lieber weiter. Und der Hausmeister sucht, wenn du Kasich bist. Ja, der, der ist doch nicht in der DDR gemacht hat. Der kann ruhig kommen. Und lesen kannst du doch auch im Tour. Die andere Mannschaft hat sowieso nicht drauf. Okay. Komm! Guck! Wartørst du Patrick? ında Busquass 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 Das war's. Das war's. Jetzt hab ich die Lösung, wie wir unsere Bälle zurückkriegen können. Ich weiß nicht, wie wir unsere Bücher zurückkriegen. Gehen wir noch mal anfangen? Mhm. Macht überhaupt was. Passiert jedem Schauspieler. Ich hab... Lena? Ich hab gerade Bälle Bücher gesagt. Lena! Soll ich noch mal anfangen? Ja. Szene 1, Einstellung 1. Wir müssen aber noch kurz warten. Es kann noch eine Minute dauern. Wir filmen jetzt einfach mal das Spiel weiter. So, Action! Und, und, Kopfball, Tor! 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 Jetzt müssen wir aber noch mal nur den Ton machen. Ich hab mein Haus, da kommt ein gutes Haus. Ein Äpfchen und ein Pferd. Wir schauen jetzt zum Fenster. Sieht man mich? Gut machen! Hallo! Sieht man mich? Ja, du bist gerade aufgenommen. Darf ich auch? Hallo! Nico, Nico, willkommen! Hier sind die Baumhaus-Nachrichten. Hier sind das Baumhaus-Tief. Da können so viele Baumhäuser gebaut werden, wie sie möchten. Aber es gibt jetzt Steuern für Baumhäuser. Baumhäuser pro Baum kostet es 3.200 Euro. Nur für den Großplatz. Die mag ich. Da können wir einen Platz holen.